Ohohohohohohohohoho Ick hattest ich gestern auch gerade Mike frag ich hab nichts getroffen Oh schön Ich hab mal Ziggs im Aram geil, das wird witzig Oiga den champ krieg ich doch immer ne So leute Hihihi Ey Louis du wirst keinen Kill kriegen So hihihi Leute wir sehen uns gleich im Spiel wieder Der Multigasmus Typie Ziggs kommt freut euch schon mal drauf hehehe Todesschneemann ich hab ihr wieder den Schneemann voll ins Gesicht geschmissen kein Punkt Hallo erstmal Hallo So meine zwei Gäste sagen jetzt auch einmal Hallo Avis Salom Salom Aleikum Heikum Salam Leon is out of mana Dauert nicht lange bis ich wieder mana hab Dauert nicht lange da hab ich First Blood Alter Ich kann gern träumen vielleicht Dauert nicht lang gern Wien Wien So you can Nein Woni an First Blood Das tut mal stolz weh 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 Klärchen zu Kommerziger Leute kann ab und zu meinen ich hab dir Klärchen gegeben Ich hab dir Klärchen gegeben Trotzdem hätte ich den hier mehr verdient ich hab dir Klärchen gegeben Und die nicht die gute die gegen die Stattlash Das Schluchte Das Schluchte Das ist gegründet Das ist gegründet I'm unbelievable Oh Schalpe Da kommt ein Dinkz So leer und jetzt hab ich nicht mehr vor Leip jetzt könnte ich denn hier gebrauchen aber nie Hast du ja Ok Raum Ja, jetzt werden erstmal wieder Gegner geschubbt. Stamm, da flogen mein und Louis Angriff an. Nee, es geht hier aber schneller. Also, Mike ging nervt langsam. Nee, ist echt so. Ja, ha, 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 ha! Nein, Ulti! Ohne Ulti! Warst du eine Springbombe, oder was? Cool, natürlich! Geht weg von mir! Lass! Ja! Sie haben Ficks weggeschickt! Du, ich darfst nix! Scheiß drauf, ich hab die Träne, das langt mir! Und drei Doransringe, das langt mir locker. Ich bin tot! Mann, ich kann nicht mit Rabadon wieder fahren. Schneemann des Todes! Komm mal auf den Kopf! Kacke! Da flog ein Heel! Nein, 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 nein! Wie mir da der Silverbolzen hinterher geflogen ist! Boah, die drei besten Leben wieder! Hier gehen wir das fort, ne, Jungs! Mike, der Cheater hat sich voll die fetten Cheat-Engine! Cheat-Engine, ne? Cheat-Engine, ne? Cheat-Engine! Cheat-Engine, ne? Cheat-Engine! Boah, macht Schaden! Oh, macht Schaden! Ach ja, übrigens, du weißt schon, dass Paddel da nur das Patent drauf haben kann, wenn ich sein Audio benutze, wenn ich das selber sag, hat er da kein Patent drauf. Ja, oder? Nein! Wofür? So, ich stell dir mal vor, Bill Gates würde so die deutschen Grammatik, alles was so deutsche Grammatik ist, würde er, äh, als hier, Patent nehmen. Und dann müssten die Deutschen sich ne neue Sprache ausdenken. So doof? Ja, nene! Kann er den Patent nehmen? Ja, nene! Warum nicht? Weil der Patent drauf ist, verdammt! Ey, hat einer einen Streichholz? Ey, hat einer einen Streichholz? Kannst du mal Brand fragen? Ne, Brand braucht kein Streichholz. Bei Brand geht meine, bei Brand geht meine Ladung immer sofort in den Probe. Rater ran! Da kommt die Fotzen doch ran! Rater goethe Rater goethe weil der weiß nicht abger Baba Nice 3 ab dem neuen Punkt Bild 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 Kumpel als er hat man erhebt die Stilz kriegt die Bombe von den Fressen Fick nicht! Nein! 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 Da springt das Ding rüber! Mann! Echt jetzt! Oh! Ey, vor allen Dingen, ich zieh grad so den derben Jumpshot ab, alter! Und? Und? Lebe! 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 Mein Leif! Nein! 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 Mike! Du Penner! Schilde dich, Mike! Ah, schade! Mal zu! Dann wird deine Mutter gebutterst, bis deine Mutter, die nur sogar keine Mutter, und nur Rama füllt! Nein, die Fresse! Schiff dir deine Rama in den Arsch, wie du es sonst auch immer machst! Ja, Mama! Hat doch Schaden, Leute! Loll! Das war voll unbeabsichtigt, dass ich jetzt in den Heapod reinspring! Mh, voll ohne Absicht! Ja, das war echt so voll so... Chris, alter! Chris! Was macht man uns ja am Timat? Gar nicht! Gebet, hol doch! Gebet, hol doch! Gebet! Und auf Gebet! Die Jinks! Die Jinks! Die Jinks! Oh, die beiden Unis geflogen! Oh, Mann! Das war ja ernst! So wie meine Kuh über den Scheiß Kill rüberspringt! Der hat so Stil gehabt, alter! Nein, nein, der hätte so Stil gehabt! Ja, genau! Ja, hätte der getroffen, alter! Der hat so Stil gehabt, alter! Wollt ihr wissen, wie lange André gebraucht habt, um Six zu lernen? Das hat mich echt erstaunt! Hä? Nein! Der kann ihn bis heute noch nicht! Nee! Der kann... Er kann ihn spielen, du! Du! Er kann ihn spielen! Er hat ihn innerhalb von 40 Minuten komplett so gelernt, wie ich ihn spielen kann! Leon! Komm her! Ich jump extra zu dir auf meinem Snowman! Ja, das war das Snowman-Geräusch, alter! Bang, alter! Bevor hier so... Bang, bang! Warte mal, warte mal! Aber warum hab ich eigentlich immer genauso viele Kills... wie Supports? Ich kenne das immer wieder hin! Ich checke mal nicht warum! Nein! Seid ihr behindert! Warum macht ihr Ende? Weil wir's können! Weil Leon müde ist! So! True Story! Wabanoli-Style! So! Bye-bye, Leute! Ich hoffe, es war verrückt genug für euch! ... Tschü-